Hallo Fußball-Fohnen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um ein brandaktuelles Thema. Gerade hat die DFB-Pokalausrufung stattgefunden und Schalke 04, unser Lieblings-Team hier auf meinem Kanal, muss gegen Eintracht Frankfurt ran. Heute geht es ein bisschen darum, dass wir über die Vorteile dieses Duells sprechen, über die Nachteile, die es für Schalke gibt und dann werde ich noch meine eigene Meinung dazu sagen, was ich tippe, wie es ausgehen wird und natürlich auch, was ich davon halte, dass Schalke gegen Frankfurt muss und damit Bayern, München und auch Bayer Leverkusen aus dem Weg geht. Kommen wir jetzt erstmal zu den Vorteilen, die es natürlich in diesem Duell auf jeden Fall gibt. Klarster Vorteil oder sicherster Vorteil ist natürlich, Schalke muss nicht gegen Bayern München ran. Bayern wäre natürlich nochmal ein härterer Gegner gewesen, im Halbfinale wäre natürlich extrem schwierig geworden, dann ins Finale einzuziehen. So zieht man Frankfurt, auch die sind ein starkes Team, haben auch letztes Jahr gezeigt, dass sie eben ja wirklich auch stark spielen können. Allerdings sind sie eben nicht so stark wie auch Bayer Leverkusen oder vor allem natürlich auch Bayern München und deswegen glaube ich, hat Schalke schon eine realistische Chance, ins Finale einzuziehen. Nachteil bei der ganzen Sache ist natürlich, Frankfurt ist eben auch eine gute Mannschaft. Man darf das nicht zu runterschrauben, nur weil es Frankfurt ist. Nein, die haben im letzten Jahr gezeigt, mit ihnen ist zu rechnen in den Pokal. Sie sind ins Finale eingezogen, haben dort gegen Borussia Dortmund insgesamt schon verdient gewonnen. Allerdings muss man eben auch erstmal ins Finale einziehen und da eben dann gegen Borussia Dortmund nicht zu bestehen, ist dann auch keine extreme Schande. Klar ist natürlich auch, sollte man ins Finale einziehen und Frankfurt eben somit geschlagen haben, kann es dann natürlich zum spannenden Duell mit dem FC Bayern München oder auch Bayer Leverkusen kommen. Und das ist für mich auch so ein kleiner Nachteil, was vielleicht für viele eher ein Vorteil ist. Jetzt trifft man eben eher auf ein kleineres Team und sollte man das schlagen, würde man den Pokal also auf ein etwas größeres Team treffen. Und das kann natürlich nochmal zum Problem werden, im Pokalfinale gegen ein großes Team wie Bayern oder Leverkusen zu spielen, kann unangenehm werden. Denn die Frage ist, verliert man lieber im Halbfinale gegen Bayern oder im Finale gegen Bayern? Finde ich, kann man nicht wirklich so beurteilen. Deswegen finde ich, ist auch das ein kleiner Nachteil, dass man jetzt erst gegen ein kleineres Team ran muss. Aber Frankfurt zu unterschätzen, tut denke ich mal keiner. Insgesamt kann man also schon zufrieden sein mit der Auslosung. Frankfurt ist ein guter Gegner, klar, aber an einem guten Tag kann Schalke Frankfurt auf jeden Fall schlagen. Und ich glaube auch, dass Schalke Frankfurt schlagen wird. Es ist natürlich klar, dass wenn man im Finale einzieht, da gegen Bayern oder auch Leverkusen ran muss, wahrscheinlich gegen Bayern. Das ist ein hammerhartes Finale und das könnte dann eben auch bitter enden für Schalke so. Aber auf jeden Fall erst mal im Halbfinale die gute Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Frankfurt ist ein starker Gegner, ja, aber ich glaube, Schalke kann Frankfurt schlagen. Ja, also für Schalke, wo ich noch viel zu tun habe. Oder, ich glaube, es stimmt. Schalke, wo du Schalke oder schalke, wo du 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 Dich geplantatierst.